Dieser Ford Transit mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist viertürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Servolenkung, Wegfahrsperre, Airbag und vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 125 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 23.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Vielen Dank.